Meine Testfahrt mit dem NEO war irre. Als wir 2016 angefangen haben, war es ein Traum. Und jetzt kommt es wirklich wahr. Das persönliche Highlight der letzten beiden Tage ist definitiv das Feedback der Community. Weil natürlich auch nur so können wir uns verbessern, wenn wir im Austausch mit den Leuten sind, wirklich aktives Feedback bekommen. Diesen Wünschen werden wir jetzt natürlich in den nächsten Tagen und Wochen nachgehen. Wir werden schauen, wie wir das in unsere Entwicklungen, in unsere kommerziellen Systeme und unsere Produkte einfließen lassen können. Ein Future muss ich ganz klar sagen, da hat mein Sohn schon interveniert. Das ist Nomi. Also mein Sohn fragt schon, welcher NEO hat denn Nomi drin? Ich möchte ein Auto mit Nomi haben. Das ist nicht nur Fahrzeuge verkaufen, sondern da ist eine ganze Community dahinter, New Life. Die Swap Station habe ich so noch nie gesehen. Ja, sollte flächendeckend aufgebaut werden. Ich bin vom Konzept sehr begeistert. Das ist mein Traumauto. Das ist mein Traumauto.